Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme in League of Legends. Diesmal spielen wir Canon in der Mitte gegen Orianna oder Annie. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wer da supporten gehen möchte. Und diesmal ist es wieder ein Wanked. Silber 2 bin ich mittlerweile 50 Liga-Punkte oder so im Dreh. So was halt. Und ja, ich hoffe mal, dass Annie nicht in die Mitte geht, weil ich hasse Annie. Irgendwie ist die Böse. So, alle waren 100%, aber irgendwie. Ah, okay. Wir starten mit 5 Haltränken, 2 Wards und los geht's. Schöner Bug. Egal. Timo made a special development in the game, Chugabwe Isolwolds. 1. April 2013. Wir fangen ein Geh mit unserem Kuh an, weil wir keinen Melee in der Mitte haben. Haltlos Blue, possible. Ja. Wurden wir zum Summoner's Ring. Na, machen wir doch. So. Gut, wir kriegen direkt einen frühen Gank in die Mitte. Das ist gut. Ah, unser Trash war nicht da. Aber wir haben auch ein starkes Team. Also kennen Sissi, Shen, Trash, Jax und Catelyn. Ah, die Gegner auch. Von denen sind eher squishy. Squishy, squishy, squishy. Und was ist ein Tank? Fuck, Mestries. Oder Sternchen, 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 Sternchen. Mestries. Punkt, Punkt, Punkt. Dann möchte ich mich nochmal entschuldigen für die letzte Any-Aufnahme. Dort war der In-Game-Sound irgendwie ein wenig zu laut. Was... Ziemlich scheiße war, was ich dann auch erst gemerkt habe, als es oben war. Zumindest beim Rendern. Und Any-Bot-Lane, das heißt, wir haben... Ori in der Mitte. Ja, und jetzt habe ich den Sound ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das klappt diesmal. Wenn nicht, dann... ...nehme ich das halt neu auf. So. Gut. Aber wir haben auch keine XP. Oh, den darfst du nicht bekommen. Das gibt's doch nicht. Was? Okay. Glück gehabt. Na, ich werde schon noch einen verloren. Oh. Ich habe da noch gar kein... Oh. CC, wollte ich sagen. Jax hat auf jeden Fall viel Damage gemacht. Oh, das war schlecht. Egal, wir farmen weiter. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt schon gut überfarmt. Erstmal ein Wort setzen. My release in the jungle. Aua. Könnte doch gefährlich sein. Das ist ein bisschen gefährlich. Komm, 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 komm. Und ich habe keinen Support bekommen, weil ich die scheiß Spinne getroffen habe. Ups. Und Jax babysittert irgendwie ein ganz klein wenig die Mitte. Ah, Oriana steht weit hin. Aber wie viele Farmer hatten Oriana? Einen und mehr als ich. Mist, 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 Mist. Ich bin schlicht am Lasten. Und Oriana tut weh. Die Höre ist aber auch. Ja, ja, ja. Kannst du mal da aufhören, Oriana? Das tu. Jetzt habe ich dich nicht vergeschnitten. Die Kanone nicht getroffen. Okay, Oriana hat keinen Mana mehr. Also sollten wir den Lasten-Mann nehmen. Und da ist die Elise. Oh, das ist die erste. Die schon wieder auch in der Mitte war. Ah, ich komme gerade gar nicht zurecht mit den Lasten-Mann. Irgendwie ist das eine Fail-Runde. Aber egal. Warum ist die überall? Mann, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Nein, 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 aus. Ey, dieser Lee ist immer in der Mitte. Wow, kein... Was denn? Wie, was, wo? Irgendwas kaufen wir. Ich glaube, ein bisschen... Bisschen Schuhe. Bisschen Haltränke. Bisschen Buch. Und noch ein Wort. Nice Flash. Achso. Ja. Zum Glück ist Oriana nicht mehr Mitte. Aber farmmäßig bin ich nicht so gut da bei 27. Das ist nichts. Das ist echt... Peinlich. Mit Kennen auch nur. Mein momentan Main. So schlecht zu farmen, das schon. Hm. Und ein neuer Wort. Oriana aus Level 6. Wow. Ich auch. Und wenn ihr wünscht habt, welche Champion ich so spielen soll, im Ranked oder im Normal. Na, besser im Normal. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Ich habe ja auch so viele. Moment. Und... Das werde ich dann auch machen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr kennen sehen wollt. Oder nochmal Annie. Malzaha. Am besten bitte. Aber ich kann... Auch andere Lens spielen. Keine Sorge. No, Oriana. Das muss man auf jeden Fall wieder unsere Farmen verbessern. Ich wusste ich doch, dass sie das tut. Oh, der war schlecht von mir. So, Jax ist beim Blue, okay. Ja, Map bei Wellness habe ich noch nicht so gut drauf. Und weh, bin ich so blöd, alle drei Sekunden auf die Map zu schauen. Was ist los, Eure? Da triffst du noch mehr? Oh. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. So, was hat sie denn jetzt von Formen 57? Das ist immer noch mehr als ich hab. Ja, ich brauche mich entschuldigen für die Kanone. Ich würde mich nicht sagen. Zop. Aua. Mann, ey. Oriana ist irgendwie... Blöd. Mag diese Champion war. Ich wüsste wo er, wo er, Spinner ist. Dann würd ich ja vielleicht mal drauf gehen, aber... Okay. 65 nach 10 Minuten ist... Okay, Spinner war aber in Blue. Spinner ist Top-Lane. Ich hab da noch ein bisschen mehr Tosh bekommen. Das war kein Glück. Das war Pure Skill. Der Schild hat mich schon ein bisschen durcheinander gebracht. Muss ich zugeben. Das hätte ich auf jeden Fall besser machen können, aber... Hey. We got it. Wir haben Blue Buff. Wir haben einen Kill. Wir haben... Unser Needless Large Ward. Und Raven hat einen Killingsfree. Und Caitlyn hat einen Killingsfree. Und das war jetzt das schöne Ulti von... Enemy Whampage. Shutdown. Okay. 4 Gemetzel auf Bot-Lane. Null. Hängs auch hier. Du kannst mich machen, ne? Ja, komm. Komm, du traust dich doch nicht. Ja. Blöd gelaufen, ne? Für mich. Ich bin schon ein bisschen out of positioning. Oh, man kann es. Klein bisschen. Guter Gang von Jacks. Guter Gang von Jacks. Stattig. Aber du kannst auch. Noch nicht wirklich gefeedet. Hab ich denn jetzt wenigstens mehr Farmen? Gleich viel. Äh, ändert sich ja jetzt. So. Elisa's Botlane. Die sollen wir ein bisschen kehren. Ein bisschen kehren. Die Botlane durch kehren und so. Habt ihr verstanden. Ah, wie lange hält unser Bot noch? Noch ein bisschen. Oh, da ist auch schon der Spiderline. Ja. Und dort ist der Spiderline weg. Na, wir haben einen guten Levelvorteil mittlerweile. Stattig. Gegenüber Orianna. Also, ein gutes halbes Level. Ich denke mal nach den... Minions bin ich auch schon ein bisschen ab. Hoffe ich mal. Sag ich doch. Yay. Okay. Okay, Orianna. Fueke. Oh, der war knapp. Möchtest du hier nicht? Pfff. Pfff. Mädchen, Sarai. Möchtest du mal?